Willkommen zu meinem Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf der Black River Map und ich habe hier wieder denselben Fehler gemacht, den ich eigentlich jedes Mal mache. Und zwar habe ich hier erst die Steine gesammelt. Halt, muss hier rauf. Und jetzt kann ich da natürlich nicht düngen. Weil der hier ja auch Dünger drin hat. Und zwischen zwei verschiedenen Düngerstufen muss immer eine weitere Bearbeitungsstufe sein. Das heißt, ich müsste erst düngen, dann Steine sammeln. Und dann kann der hier die zweite Düngerstufe machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nach dem Walzen das zweite Mal düngen kann. Ansonsten geht es erst nächsten Monat. Aber der sät jetzt erstmal eine Weile aus. Das heißt, wir können uns wieder um Holz kümmern. Wollten wir ja machen. So, mein LKW ist da. Er kann natürlich nicht ankommen, weil mein Truck zu weit oben steht. Den kann ich eigentlich zur Seite fahren. Den kann ich eigentlich irgendwo anders hinfahren. Mal gucken. Den stelle ich hier oben auf den Hang. Jeder ist am Weg. Fahr erst ein Stück zurück. Mal gucken, wo ich den hinstelle. Vielleicht hier vorne. Aber der soll nicht zu weit weg sein. vielleicht... vielleicht... stelle ich den hier unter den Hang. Da komme ich nämlich von oben besser ran. So... Was haben wir denn als nächstes? Machen wir jetzt mal hier unten weiter. Ach, dann sind ja alles Laubbäume. wo? Okay. Na, an den komme ich noch am Rand, oder? So. Ja. Wow, ja klar. Hallo, Engine. Das war so nicht geplant. Aber hier läuft so einiges ungeplant. So. Das sind alles Laubbäume. Der kann ich doch gleich die Säge herholen, den Hexler. Ja, dann machen wir heute Laub. Nee. Wir brauchen mindestens ein paar Bäume. Da wir ja unsere Sägewerke versorgen müssen. Also machen wir das Holz häckseln danach. So. Tiefer. Zack. Und dreh. Jawohl. Jetzt den Hang runter. Sehr gut. So muss es laufen. Ach so. Die kann ich ja nur hangaufwärts schneiden. Naja, ist egal. Ich hole die ja eh mit uns gedacht. Top. So. Oh, tiefer geht gar nicht. Warte mal, ich kann doch länger machen. Ja, so geht es ab. Noch tiefer. Stopp. Jetzt. So. Hopp. Anheben. Ja. Und drehen. Jawohl. Nein. Weiter drehen. Danke. So. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Die Bahn. Genau. Halt. Halt. So. Jawohl. Let's go. Let's go. Sehr gut. Und noch ein drücker Bauch. Zack. Fertig. Cool. So. Gott. Wir sind ja noch mehr. Laub voll. So. Stopp. Wir sind gerade. Wir sind höher. So weit. So. 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 Ist doch. Warum willst du nicht doch jetzt wieder sehen? Oh. Vielleicht mal wieder gerade. So. So können sie auch abtransportieren. Dann rollen sie gleich runter. Alles klar. So. Jetzt hätte ich mal gerne meinen Skidder. So. Fangen wir an. Also, als erstes... Äh, nee. Akrazi? Y, seichter. Stopp! So, jetzt kommen die beiden hier. So, jetzt kommen die Gäste, bitte. auch schon aussuchen war ja hier etwas ungünstig und jetzt muss man doch hier rüber so sind alle wach mal gucken also stopp da fehlt auch einer nämlich der hier unten zwei fehlen dann noch ist die kundin hier zu ran oder so jetzt da sind sie So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach da. Nee, der ganz kleine Pferd hier. Der hier unten. Der hier. Den bringe ich mal so runter. Ey, nicht im Gebüsch verschwinden. Da, wo ich dich wiederfinde, Freundchen. So. Ach, hier sind ja noch mehr. Ja, dann fahre ich die erstmal hoch. Und hol. Ah, nee, die hat er. Okay. Und hol die anderen später. Nee, der soll die daneben ziehen. Ja, so. Alle Seile abschalten. Da habe ich eigentlich auch einen Teil. Da gab es eigentlich auch. Ich dachte. Warum zeig die mir das nicht an? Warte mal, die Taifun, die war ganz unten, wa? Timber, Trider, Taifun. Alles ablösen. Shift B. Hä? Shift B. Alles ablösen. Alles ablösen. Umschalt links. Ist ja Shift. Und B. Ja. Schnellwinden. Shift X. Ah, Seile lösen. Steuerung X. Das macht er nicht. Mach da nicht. Ja, das macht er nicht. Warte mal. Halt. So, Seile löse über Fernbedienung. Mach ich alle auf Shift B. Mach da nicht. Aber ich eingestiegen bin. Shift B. Mach da nicht. Hier vorne ist noch einer. Ja. Okay. So. Das wird für Nebengeräusch. Hm. Na gut. Ja. Ach, hier sind ja noch mehr Bäume. Ach, hier sind ja noch mehr Bäume. Ach, hier sind ja noch mehr Bäume. Halt. Ach, deshalb war's auf Shift X. Weil auf Shift Y schlafen ist. Ach so, Schiff B ist das Seil loslassen. Habt ihr hier sehen? B winden und mit Shift B lasse ich das Seil los, aber ich löse es nicht. Okay, also, Schnell winden, Seil lösen, okay, Seil lösen muss dann auf, so, und alles ablösen. Shift B. Ja, bis auf das. B. Und jetzt, Shift B. Nee, mach da nicht. Ich kapier das nicht. So. Ach so, die muss ich hier noch ein Stück rüber ziehen. Na gut. So. Dass die wenigstens aus dem Graben raus sind und ich die mit dem Trailer aufnehmen kann. Ich kann die eigentlich bis auf die Straße ziehen. Für den Trailer ist es doch egal. Die sind ja eh gleich wieder weg. Geh es. Merde. Stop. Okay, ah, die da oben noch. Sekunde, wo ist mein Skidder? Da. Und ich muss sich da oben um die Arbeit beendet kümmern. Das mache ich mal gleich. Du bist fertig, du musst jetzt walzen. Dann parkst du erstmal. Genau. Nein, nein, nein. Ja gut, fahrt runter. Okay. Um, Arcel. Nicht schön, aber selten. Ach, jetzt hat er es gemacht. Ach, ich muss da oben immer auf das Ding umschalten. Ja, das hatte ich wahrscheinlich vergessen. Ich war noch auf Trecker. So. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Und bringen das. Halt, nicht in den Graben fahren, nicht in den Graben fahren. Du kommst doch da ohne Hilfe nie wieder raus. Das sieht doch gut aus. Für eine Folge ein bisschen Holz. Hopp, genau. Und jetzt fahren wir jetzt zum zweiten Sägewerk. Was übrig bleibt, geht wieder in die Kartonverpackung. So, halt so rum. So, dann bitte einmal R. Danke. Danke. Und was übrig bleibt. So. Na, spring. Hopp. Äh. Geht nicht. Geht nicht. Zack. So. Was hat uns das jetzt gebracht? Sägewerk ist halb voll, du bist halb voll und du hast auch mehr als genug. Stopp. Du fährst wieder zu deinem Wald zurück. Und wir. Was machst du jetzt? Dich wollte man nach hinten fahren. Genau. Pack mal deinen Zirkus ein. Du kommst hier nach hinten, weil hier sind die ganzen Laubbäume. so. Dann werden wir nämlich zusehen, dass wir hier mal die Laubbäume alle zersägt bekommen. Du stehst hier ungünstig. Aber ja, du stehst hier ungünstig. Ich stelle ihn auf die Straße und bringe das Holz dann mit dem Skitter runter. Ist wahrscheinlich besser. So. Genau. Das ist ein kleiner. Wo ist er denn? Da. Da. So. Gut. So. Sack. 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 So. Okay. Jetzt? Halt. Doch, B. Okay. Ah, die kann ich nur rot machen. Okay. So. Ja, wunderbar. Genau das, was sie nicht wollten. So. Nochmal. So. Gut. Wie viel waren das jetzt? 3300, naja. Warte mal, wenn ich drin sitze, kann ich doch erst mal... Achso. Hä? Wie war in der Bar? Wie war in der... Dings hier? Der Kran. Achso. Kontrollgruppe-Kran. Können wir den nämlich mal zur Seite nehmen? So. Gut. Äh... Kontrollgruppe... War... Hier. Kontrollgruppe. Genau. So. Stützfuß. Das. Ach, egal. Mal. So. Gut. Skitter! Vorsicht! Ja, ich auch Vorsicht. Jetzt. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Das ist ganz klar. Das hat beim Limein. Ich bin da, ich bin da. Wir fangen da. Äh... Ich bin da. Ich würde gerne unabhängig von der Griffrichtung gucken können. Es gibt schon wieder einen Arbeitsunfall. Na gut. So. Der ist zu schwer. So. Der muss jetzt zerlegt werden. Mal gucken, wie weit ich komme. So. 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 wo man sehen eigentlich macht ja heute spaß herumwürgen dass man endlich mal hier das war auch sie bei dem jahr damit der andere runterfällt das habe ich schon wieder nicht bewegen jetzt um so jetzt neben ein alle zu schwer na gut so jetzt der ist aber nicht zu schwer genau so jetzt jetzt tragen ja ich würde die gerne drehen und hinlegen können am liebsten wäre mir ein fahrzeug mit so einer art tonne oder wanne wo man alles reinschaffen kann ich gucke noch mal in bord haben ob ich damals auch jetzt würde ich erst mal sagen machen schluss hier ich werde den rest auf screen einfach hier rein schmeißen alles klein sägen ja genau so habe ich mir das vorgestellt und so auch nicht und so auch nicht naja gut jetzt hier ist noch mehr gemüse so so genau das wird jetzt alles klein gesägt rüber getragen und zack zack schnitzel und dann schauen wir mal was bei rauskommt das sehen wir dann morgen und bis dahin sage ich danke für die zuschauen sagen wir eure tipps und kommentare macht's gut genießt den Tag und vor allem see you later see you later